Und Freunde, was geht? Mein Schiff ist fast wieder da, aber sodass ich immer wieder rumschreie, geht's so schnell wieder weg. So. Ja, was geht jetzt? Ja, wieder Lifestyle. Eike Wenke kommt vorbei. Ich nehm euch mit am Tag. Und ja, machen wir jetzt viel Spaß mit diesem Video. Peace out. So, ich hab heute Morgen schon 1,5 Stunden Kage gemacht. Aus Versehen 1,5 Stunden. Warum aus Versehen? Weil ich die ganze Nachricht beantwortet habe auf Instagram. Das dauert dann manchmal so lange. Und fahr ich über Fahrrad. Anstatt irgendwo rumzusitzen, fahr ich über Fahrrad. Und sich aussitzen kann und die Radarie verbrennen kann nebenbei. 2 in 1, du weißt. Und ja, so gegen 13 Uhr hab ich dann meine erste Mahlzeit gehabt. Das war doch mal ein Sub. Ein Frap von Subway. Mit 4-fach Chicken Breast. Sweet Onion, bisschen und bisschen Honey Mustard. Mit bisschen Salz und Pfeffer. Also eigentlich nur Carbs und Eiweiß. Und hab mir nochmal extra separat 8 kleine Chicken Breast Patties geholt. Und weil ich da keine Küche habe, wollte ich dann bei meiner Schwester nachher vorkochen. Mit meinen Bratkartoffeln, die ich immer bei Netto kaufe. Die fettigen kann ich nur empfehlen. Fettige Bratkartoffeln von Netto sind echt gut. Und ja, Mann. Jetzt wird erstmal schön wieder Brusträgerballat. Und natürlich wieder Gungenbärchen. Heute ist Rücken und Schulter dran. Und für den Booster, ach für den Fokus. Monster Energie ist am Schlüssel. Und ja, Mann. Jetzt ist er wirklich geballert. Ich hoffe, dass Eike und Wencke gleich mal hier vorbeikommen. Wir haben es jetzt schon halb 4. Halb 5, meine ich. Halb 5 wollten ja auch da sein. Aber jetzt haben wir es schon 20 vor 5. Shame on you. Hey, Moin. Bei dir, bei dir. Wencke ist hier am Hustlen. Aber trainiert noch gleich. Was riecht du gleich? Äh, Rücken. Was noch? Nur Rücken. Okay. Ach nee, Rücken, Arme, also Schultern, Bizeps. Ja. Ja. Wollen wir erst Fahrrad fahren? Wirst du erst trainieren? Wie willst du? Nee, ich trainier erst, Bro. Wenn der falsche Fahrrad wird, ist der kaputt. Ja, ich dachte nur kleines Warm-Off 10 Minuten. Ach so, nee, sowas machen wir nicht, so eine Faxen. Nein. Ich mach lieber 2x 20 T-Bahn-Rudern auf. Ja, aber dann leg ich los. Ja, dann lass uns damit aufhören. Okay, komm. Ja. jetzt Consнее Turnier Ein Stras. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, man. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.